Der Transfer des spanischen Nationalspielers Paco Alcacca vom FC Barcelona zu Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist seit Freitag auch ganz formell in trockenen Tüchern. Der spanische Meister bestätigte einen Tag nach dem Ende der Winter-Transferfrist in Europa, dass Alcacca für eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro fest zu den Westfalen wechselt. Katalanen an Weiterverkauf beteiligt Der Betrag könnte durch Bonuszahlungen noch um 5 Millionen Euro aufgestockt werden. Zudem sind die Katalanen mit 5 Prozent an einem Weiterverkauf beteiligt. Anzeige bereits im November vergangenen Jahres hatte der BVB verkündet, dass er den zuvor ausgeliehenen Torjäger bis 2023 verpflichtet. Der 25-Jährige hat in 14 Bundesliga-Einsätzen zwölf Tore für den Spitzenreiter erzielt. Ich bin sehr glücklich in Dortmund, beim BVB und in dieser wunderbaren Mannschaft. Borussia Dortmund war und ist für mich genau die richtige Entscheidung, hatte Alcacca im vergangenen Herbst gesagt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020